Kapitel 9 Als Violet die gewaltige Tür zum Reptilien-Saal öffnete, befanden sich die Reptilien noch immer in ihren Käfigen, standen die Bücher noch immer in den Regalen, strömte die Morgensonne noch immer durch die Glasfenster. Und doch war es einfach nicht mehr derselbe Raum. Ob schon Dr. Lukov von Onkel Montys Leiche weggeschafft hatte, wirkte der Reptilien-Saal nicht mehr so einladend wie sonst. Vermutlich würde er es auch nie mehr sein. Was in einem bestimmten Raum geschehen ist, kann deine Gefühle für diesen Ort ein für allemal besudeln, gerade so wie Tinte ein weißes Laken. Du kannst es waschen, so oft du willst, und trotzdem wirst du nie vergessen, was damit passiert ist. Ich will da nicht reingehen, sagte Klaus. Da ist Onkel Monty gestorben. Ich weiß, dass das nicht schön ist, sagte Violet, aber es gibt Arbeit für uns. Arbeit? fragte Klaus. Was für Arbeit denn? Violet knirschte mit den Zähnen. Arbeit, die eigentlich Mr. Poe erledigen müsste, sagte sie, aber der ist wie immer wohlmeinend und kein bisschen hilfreich. Klaus und Sunny stießen beide einen lauten Seufzer aus. Weil ihre Schwester damit ein Gefühl in Worte gefasst hatte, das jeder von ihnen im Stillen schon immer gehabt hatte, seit Mr. Poe sich um ihre Angelegenheiten kümmerte. Mr. Poe glaubt nicht, dass Stefano und Graf Olaf eine und dieselbe Person sind. Außerdem glaubt er, dass Onkel Monty's Tod ein Unfall war. Das heißt, wir müssen ihn an beiden Punkten eines Besseren belehren. Aber Stefano hat keine Tätowierung, wandte Klaus ein. Und Dr. Luca Font hat das Gift der Mamba Dumal in Montys Blut gefunden. Ich weiß, ich weiß, sagte Violet ungeduldig. Wir drei kennen die Wahrheit, aber um die Erwachsenen zu überzeugen, brauchen wir hieb- und stichfeste Beweise für Stefanos Plan. Hätten wir solch hieb- und stichfeste Beweise bluschen früher gefunden, meinte Klaus düster. Vielleicht hätten wir Onkel Monty dann das Leben retten können. Das werden wir nie wissen, sagte Violet leise. Sie ließ ihre Blicke durch den Reptilienseil schweifen, der Onkel Monty's Lebenswerk verkörperte. Wenn wir es aber schaffen, Stefano als Mörder hinter Schloss und Riegel zu bringen, dann können wir zumindest verhindern, dass er noch anderen Menschen Schaden zufügt. Uns selbst eingeschlossen, meinte Klaus. Uns selbst eingeschlossen, stimmte Violet ihm zu. Also Klaus, such alle Bücher heraus, in denen Angaben zur Mamba Dumal stehen. Wenn du was gefunden hast, sag Bescheid. Das kann Tage dauern, sagte Klaus und betrachtete die umfangreiche Bibliothek des Onkels. So viel Zeit haben wir aber nicht, sagte Violet entschieden. Wir haben nicht mal neun Stunden. Um fünf Uhr läuft die Prospero vom Nebelhafen aus und Stefano will alles tun, was in seiner Macht steht, um uns auf dieses Schiff zu bringen. Und wenn wir erst allein mit ihm in Peru sind... Schon gut, schon gut, sagte Klaus. Also an die Arbeit, hier nimm du dieses Buch. Ich nehme überhaupt kein Buch, sagte Violet. Während du in der Bibliothek arbeitest, gehe ich rauf in Stefano's Zimmer und schaue nach, ob ich irgendwelche Hinweise finde. Allein? fragte Klaus. In seinem Zimmer? Da kann mir ja absolut nichts passieren, sagte Violet, obgleich es überhaupt keinen Grund für diese Annahme gab. Jetzt stürzt du dich auf die Bücher, Klaus. Sunny, du bewachst die Tür und beißt jeden, der versucht, hier hereinzukommen. I cried, sagte Sunny, was vermutlich so viel hieß wie Roger im Funkverkehr. Violet ging hinaus und Sunny setzte sich, wie versprochen, gleich neben die Tür und blickte die Zähne. Klaus ging in die Bibliothek am anderen Ende des Saals, wobei er sorgsam den Gang mit den Giftschlangen miet. Nicht einmal einen Blick wollte er auf die Mamba Dumal oder irgendein anderes tödliches Reptil werfen. Natürlich wusste Klaus, dass im Grunde genommen nicht die Schlange die Schuld an Onkel Mantis Tod trug, sondern Stefano. Trotzdem konnte er es nicht ertragen, das Tier anzuschauen, dass der glücklichen Zeit, die ihm und seinen Schwestern hier vergönnt gewesen war, ein Ende bereitet hatte. Seufzend schlug Klaus sein Buch auf. Wie so oft, wenn der einzige Sohn der Baudelaires nicht über seine Lage nachdenken wollte, stürzte er sich in die Lektüre. An dieser Stelle lassen wir Klaus und Sunny eine Weile im Reptiliensaal allein, Klaus mit seinen Nachforschungen und Sunny, die mit ihren scharfen Zähnen die Tür bewacht, und machen einen Sprung, um zu schauen, was Violet vorhat. Ich bin sicher, dass sich das interessieren wird. Violet hatte sich nämlich zur Küchentür geschlichen und versuchte etwas von dem aufzuschnappen, was die Erwachsenen redeten. Wie du sicher weißt, ist es beim Lauschen das Wichtigste überhaupt, dass man sich nicht erwischen lässt. Deswegen bewegte Violet sich auch so leise wie möglich und bietet alle knarrenden Bodendielen. An der Küchentür angekommen, nahm sie ihre Haarschleife aus der Tasche und ließ sie zu Boden fallen, damit sie, falls jemand die Tür öffnen sollte, behaupten konnte, sie habe nicht gelauscht, sondern sich nur gebückt, um das Band wieder aufzuheben. Das war ein Trick, den sie schon als ganz kleines Mädchen gelernt hatte, wenn sie an der Schlafzimmertür der Eltern gelauscht hatte, um in Erfahrung zu bringen, was sie zum Geburtstag bekommen würde. Wie alle guten Tricks funktionierte auch dieser noch immer. Aber, Mr. Poe, wenn Stefano mit mir kommt und Sie Dr. Montgomery's Jeep nehmen, sagte Dr. Luca von gerade, wie wollen Sie dann den Weg finden? Ich verstehe, gegnete Mr. Poe, aber ich glaube nicht, dass Sonny bereit sein wird, sich auf Dr. Montgomery's Show zu setzen, jetzt wo er tot ist. Wir müssen eine andere Lösung finden. Ich hab's, sagte Stefano. Ich fahre die Kinder in Dr. Luca Fonds Wagen und Dr. Luca von fährt mit Ihnen und Dr. Montgomery in Dr. Montgomery's Jeep. Ich fürchte, das wird nicht gehen, sagte Dr. Luca von ernst. Die Gesetze dieser Stadt erlauben es nicht, dass jemand anderer meinen Wagen lenkt. Außerdem haben wir noch gar nicht über das Gepäck der Kinder gesprochen, meinte Mr. Poe. Violet richtete sich auf. Sie hatte genug gehört, um zu wissen, dass ihr genug Zeit blieb, um in Stefanos Zimmer zu gehen. Auf Zehenspitzen schlich sie die Treppe hoch und den Gang entlang, bis sie der Tür vor der Stefano in jener schrecklichen Nacht mit dem Messer in der Hand gesessen hatte. Hier blieb Violet stehen. Es war schon erstaunlich, dachte sie, wie er ihm alles, was mit Graf Olaf zusammenhing, Angst machte. Er war so ein furchtbarer Mensch, dass allein schon der Anblick seiner Zimmertür dafür sorgte, dass einem das Herz schneller schlug. Fast hoffte Violet, dass Stefano die Treppe hinaufstürm und sie abfangen würde, sodass sie nicht die Tür öffnen und sein Schlafzimmer betreten müsste. Doch dann dachte sie, dass es ja um ihr Leben ging und um das ihre Geschwister. Wenn das Leben bedroht ist, entdeckt man oft einen Mut in sich, von dem man vorher gar nicht wusste, dass man ihn besitzt. So entdeckte auch das Älteste der Bordeläerkinder, dass es den Mut besaß, die Tür zu öffnen. Sie dritte den Messingknauf, wobei er noch immer die Schulter wehtat von dem Zusammenprall der beiden Autos. Damit trat Violet das Zimmer. Wie sie schon vermutet hatte, war es verdreckt und chaotisch. Das ungemachte Bett war übersät mit Krümel und Haaren. Zerlesene Zeitungen und Versandkataloge lagen in unordentlichen Haufen auf dem Boden herum. Auf der Kommode stand eine kleine Batterie, halbleerer Feinflaschen. Der Kleiderschrank war offen, Kleiderbügel aus verrostetem Draht schaukelten in der Zugluft. Die Fenstervorhänge waren völlig zerkrumpelt und verklebt, und als Violet näherkam, stellte sie entgeistert fest, dass Graf Olaf sie ganz offensichtlich zum Schnäuzen benutzt hatte. Aber angetrockneter Rotz, so eklig er auch war, stellte doch nicht die Art Beweis dar, auf die Violet gehofft hatte. Die Älteste der Bordeläerweisen stand mitten im Zimmer und studierte das Durcheinander. Alles war grässlich, nichts war hilfreich. Violet rieb sich die Schulter und dachte daran, wie es gewesen war, als sie und ihre Geschwister noch bei Graf Olaf lebten und dort im Turmzimmer eingesperrt waren. Auch wenn es erschreckend gewesen war, in seinem Allerheiligsten eingeschlossen zu sein, der Ausdruck Allerheiligste heißt hier so viel wie verdreckter Raum, in dem böse Pläne ausgeheckt werden, so hat es sich doch als ganz nützlich herausgestellt, weil sie dort wenigstens in der Lage gewesen waren, alles über das Eherecht nachzulesen und so einen Ausweg aus ihrer Notlage zu finden. Hier jedoch in Stephanos Allerheiligsten im Onkel Montys Haus konnte Violet nichts finden, außer den Anzeichen von Graf Olavs Schlampigkeit. Irgendwo musste er doch eine Spur hinterlassen haben, auf die Violet stoßen, und diese Mr. Po als Beweis präsentieren könnte. Aber wo? Entmutigt und auch voller Angst, dass sie womöglich zu lange in Stephanos Zimmer geblieben war, schloss sie sich leise wieder nach unten. Nein, 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 hörte sie Mr. Po sagen, als sie auch jetzt wieder in der Küchentür stehen blieb, um zu lauschen. Dr. Montgomery kann unmöglich fahren. Er ist tot. Aber es muss doch eine Lösung geben. Ich hab's doch schon mehrmals gesagt, entgegnete Stephano. Das Einfachste ist, wenn ich die drei Kinder mit in die Stadt nehme, wären sie mit Dr. Luca von und ihr Leiche folgen nicht leichter als das. Vielleicht haben sie recht, sagte Mr. Po und Violet beeilte sich, in den Reptilienseil zu kommen. Klaus, Klaus, rief sie. Bitte sag, dass du was entdeckst, dass ich war in Stephanos Zimmer und hab überhaupt nichts gefunden, was uns helfen könnte, und es sieht so aus, als würde Stephanos tatsächlich schaffen, dass wir allein mit ihm fahren. Klaus lächelte nur und fing an, laut aus einem Buch vorzulesen, das er in der Hand hielt. Die Mamba Dumal, begann er. Eine der tödlichsten Schlangen der Hemisphäre ist bekannt dafür, dass sie ihre Opfer stranguliert, wenn sie in ihr tödliches Gift inokuliert, was bei dieser aufgrund der Hypoxie eine livide Verfärbung der Haut hervorruft. Strangulieren? Inokuliert? Hypoxie? Lividi? Wiederholte Violet. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Ein Ausdruck, der bekanntlich nichts mit Zügen zu tun hat, sondern hier nur besagen sollte, dass Violet gar nichts verstand. Das ging mir auch so, gab Klaus zu, bis ich ein paar Wörter nachgeschlagen habe. Strangulieren heißt wirken. Inokulieren bedeutet verabreichen. Hypoxie ist dasselbe wie Sauerstoffmangel und Livide heißt bläulich. Das heißt also, die Mamba Dumal ist bekannt dafür, dass sie Menschen wirkt und gleichzeitig beißt, was auf deren Körpern dunkle Flecken hervorruft, die vom Sauerstoffmangel herrühren. Hör auf, hör auf, schrie Violet und hielt sich die Ohren zu. Ich will nicht mehr davon hören, was mit Onkel Monty passiert ist. Du verstehst mich nicht, sagte Klaus sanft. Das ist es hier gerade nicht, was mit Onkel Monty passiert ist. Wenn es so wäre, dann wäre Onkel Montys Körper doch ganz dunkel gewesen. Aber du und ich, wir wissen beide, dass er kreidebleich war. Violet wollte etwas sagen, verstummte aber erst einmal, als sie daran dachte, wie leichenblass das Gesicht des Onkels gewesen war, als sie ihn fanden. Das stimmt, sagte sie schließlich. Aber wie ist er dann vergiftet worden? Erinnerst du dich, dass Onkel Monty gesagt hat, dass es von allen Giftschlangen, Giftproben und Reagenzgläsern aufbewahrt, um sie untersuchen zu können, sagte Klaus. Ich vermute, Stefanow hat das Gift entwendet und es Onkel Monty direkt injiziert. Glaubst du wirklich? Violet schauderte. Das ist ja grauenvoll. Okay, wie? schrie Sunny, was offensichtlich Zustimmung bedeutete. Wenn wir das Mr. Poe erzählen, sagte Klaus zuversichtlich, dann wird Stefanow verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, weil er Onkel Monty ermordet hat. Dann kann er uns nicht mehr nach Peru verschleppen und nicht mehr mit Messern bedrohen, nicht mehr zwingen, seinen Koffer zu tragen, nichts dergleichen. Violet sah ihren Bruder mit vor Aufregung weit aufgerissenen Augen an. Koffer, sagte sie. Sein Koffer? Wovon redest du eigentlich? fragte Klaus verwundert und Violet wollte es ihm gerade erklären, als es an der Tür klopfte. Herein, rief Violet und als Mr. Poe in der Tür erschien, machte sie Sunny schnell ein Zeichen, dass sie ihn nicht beißen sollte. Ich hoffe, ihr habt euch inzwischen ein bisschen beruhigt, sagte Mr. Poe und sah die Kinder der Reihe nach an. Dann folgt ihr vielleicht doch nicht mehr dem Gedanken, dass Stefanograf Olaf sei. Der Ausdruck einen Gedanken verfolgen bedeutet natürlich nicht ihn jagen oder ihm hinterherlaufen, sondern einfach denken. Selbst wenn er nicht Graf Olaf ist, sagte Klaus bedächtig, so glauben wir doch, dass er für Onkel Montys Tod verantwortlich ist. Unfug, rief Mr. Poe heftig. Onkel Montys Tod war ein schrecklicher Unfall und sonst nichts. Violet sah ihren Bruder an und schüttelte den Kopf. Klaus hielt das Buch hoch, aus dem er vorgelesen hatte. Während sie in der Küche waren, haben wir uns hier über Schlangen informiert und über Schlangen? fragte Mr. Poe. Man sollte meinen, nachdem was du möchtest mit Montgomery passiert ist, würde die über alles andere lieber lesen als ausgerechnet über Schlangen. Aber ich habe etwas herausgefunden, sagte Klaus. Nämlich das, es spielt keine Rolle, was du über Schlangen herausgefunden hast, unterbrach ihn Mr. Poe und zog sein Taschentuch heraus. Die Baudelaires warteten, bis er sich ausgehustete und das Tuch wieder in der Tasche verstaut hatte. Es spielt keine Rolle, begann er wieder, was du über Schlangen herausgefunden hast. Stefano verstehen natürlich überhaupt nichts von Schlangen, das hat er uns selbst gesagt. Aber, sagte Klaus wieder, brach jedoch ab, als sein Blick auf Violet fiel. Wieder schüttelte sie fast unmerklich den Kopf, was so bedeuten sollte wie kein Wort mehr zu Mr. Poe. Klaus blickte von seiner Schwester zu Mr. Poe und machte den Mund wieder zu. Mr. Poe hüstelte in sein Taschentuch, bevor er auf die Uhr sah. Also gut, das war also geklärt. Bleibt nur noch die Sachen mit unserer Autofahrt. Ich weiß, dass ihr drei schrecklich gern sehen würdet, wie ein Arztwagen von innen aussieht. Wir haben es auch lang und breit diskutiert, aber es lässt sich einfach nicht machen. Ihr drei werdet also mit Stefano in die Stadt fahren, wenn ich Dr. Lucafond und Onkel Monty begleitete. Stefano und Dr. Lucafond sind gerade dabei, das ganze Gepäck wieder auszuladen. In ein paar Minuten geht's los. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet, ich muss die herpidologische Gesellschaft anrufen und ihnen die schlimme Nachricht übermitteln. Er hustelte noch einmal in sein Taschentuch und verließ den Reptilienseil. Wieso wolltest du nicht, dass ich Mr. Poe sage, was ich gelesen habe? fragte Klaus Violet, sobald er sicher war, dass Mr. Poe aus der Hörweite war. Violet gab keine Antwort. Sie schaute durch die Gläser in der Wand des Reptilienseils und beobachtete Dr. Lucafond und Stefano, die gerade an den schlangenfälligen Bischen vorbei auf Onkel Monty's Jeep zuging. Stefano öffnete die hintere Wagentür und Dr. Lucafond begann, mit seinen steifen Händen die Koffer auszuladen. Violet, wieso wolltest du nicht, dass ich Mr. Poe erzähle, was ich gelesen habe? Violet ging über Klaus' Frage einfach hinweg. Wenn die Erwachsenen uns holen, komm, sagte sie nur, dann sieh zu, dass sie so lange im Reptilienseil bleiben, bis ich zurück bin. Aber wie soll ich das machen? fragte Klaus. Lenk sie mit irgendetwas ab, ergegnete Violet ungeduldig, wenn sie immer noch durch die Fenster zusah, wie draußen der Kofferberg wuchs. Wie denn? fragte Klaus besorgt. Womit? Lieber Himmel, Klaus, antwortete seine ältere Schwester. Du hast doch hunderte von Büchern gelesen. Da muss doch irgendwas dabei gewesen sein, darüber, wie man jemanden ablenkt. Klaus dachte einen Moment lang nach. Um den Trojanischen Krieg zu gewinnen, sagte er, versteckten die alten Griechen Soldaten an einem riesigen, hölzernen Pferd. Das war so eine Art Ablenkung. Aber ich habe nicht genug Zeit, um ein hölzernes Pferd zu bauen. Da musst du dir eben was anderes einfallen lassen, meinte Violet und ging langsam auf die Tür zu, ließ aber das Fenster dabei nicht aus dem Auge. Klaus und Sunny sahen erst ihre Schwester an, dann folgten sie ihrem Blick mit den Augen. Es ist schon bemerkenswert, dass Menschen, die das gleiche sehen, dabei ganz unterschiedliche Gedanken haben können. Als zum Beispiel die beiden jüngeren Baudelaires den Kofferberg ansahen, dachten sie nur, dass, wenn ihnen jetzt nicht ganz schnell etwas einfiel, sie gleich allein mit Stefano und Onkel Monty's Jeep sitzen würden. Aber so wie Violet reinschaute, als sie den Reptiliensaal verließ, dachte sie ganz offensichtlich etwas anderes. Klaus und Sunny konnte sich nicht vorstellen, was es sein mochte, aber irgendwie musste ihre Schwester zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen sein, als sie ihren eigenen braunen Koffer angeschaut hatten oder den Beigen, in dem sich Klaus' Sachen befanden. Den winzigen Grauen der Sunny gehörte oder auch den großen Schwarzen mit dem silberglimbenden Schloss, den Stefano mitgebracht hatte. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, Imagine canceled. Untertitelung des ZDF, die Was it Frankreich Eich Mysiada die eine Fähigkeit genannt Sterre, die tubes cosine B affect tunes undliśmy. Untertitelung des ZDF, 2020